moin moin und grüß gott liebe kunden mein name ist steffen hartlieb von der firma gs terrassenmontagesysteme ich begrüße sie heute in unserem ttz test und trainingszentrum und hier auf dem tisch für sie genau das was der film angekündigt hat vollautomatisch begehbar fahrbare pool abdeckungen und in diesem fall reden wir heute mal über das thema motor ja es gibt wie sehr wissen bei uns pool abdeckungen zu kaufen in entsprechenden übertragungen bis zwölf meter und diese werden dann entweder von hand verschoben oder mit einem motor betrieben und das ist sowieso immer wieder die frage dass kunden fragen mensch wie sieht das aus brauche ich motor brauche ich kein motor also grundsätzlich ist ganz wichtig auch um die qualität ihres pool decks zu bewerten müssen wir schauen dass ein pool deck auch im grunde genommen ohne motor schiebbar sein muss und das steuert man über den anzahl über die anzahl der rollen weil der an rollwiderstand überwunden werden muss schon mal ein sehr großes qualitätskriterium ja je weniger rollen umso mehr kraft brauchen sie ja je schwerer das deck ist umso mehr kraft brauchen sie deshalb arbeiten wir auch mit aluminium ja weil es ein guter mix ist aus gewicht statik witterungsbeständigkeit aber eben halt auch gewicht und so weiter damit man es ihm halt noch rollen kann weil sonst wären die decks schlichtweg irgendwann einmal zu schwer weil wir überlegen müssen wir haben immer wieder das grundgerüst wir haben den belag und dann im grunde noch die zu berechnete auflast obwohl ich immer wieder sage motoren dürfen nur betrieben werden wenn nicht 100 meter schnee darauf liegt oder fünf personen auf einem pool deck sich befinden sondern ein pool deck darf im grunde genommen auf und zu gefahren werden elektronischen motoren nur aber wenn man es sieht ja also auch viele kunden haben die vorstellung dass ein pool deck so funktioniert wie rollladen am haus dass ich im grunde genommen mit meiner busanlage einfach sage so zack zack zipp zipp ich fahre jetzt gerade mal los und jetzt mache ich den pool auf ja und wenn ich zu hause bin ist das wasser schon mal vorgeheizt ich kann gleich reinspringen verboten streng sind es verboten ja sie müssen bei einem pool deck im grunde genommen wenn sie es öffnen immer sich vergewissern steht jemand auf dem pool deck ist im grunde genommen dort also entweder durch den sensoren technik wie große hotels und so weiter das machen oder im grunde genommen eben halt durch eben halt eigenes schauen aber sie dürfen nicht einfach unter volllast das pool der kinder fahren ja das ist ganz wichtig und natürlich auch schon gar nicht wenn personen drauf stehen oder wenn personen entsprechend auch im becken sind so und grundsätzlich ist es so dass unsere motoren ja wie sie das hier sehen relativ kleine motoren sind ja das heißt nicht klein in der leistung sondern in der höhe und in der breite weil wenn ich jetzt diesen motor hier mal sehe unseren bf 800 der zieht bis knapp eine tonne und schiebt ja also das ist im grunde des leistungsmerkmal dann ist der ein 160 mm hoch 44 mm lang und tief 16 ja das heißt dass sie nicht neben ihrem pool deck einen riesen kasten haben ja der im grunde genommen dann sichtbar ist sondern in der regel ist es so sehen sie auch bei den videos auch wieder in diesem video ist der motor von der sichthöhe her unter der deckhöhe ja und das ist ganz wichtig und diese motoren die wir haben haben wir natürlich in verschiedenen leistungsklassen das ist jetzt unser bf 800 wie gesagt bis knapp eine tonne bf 880 sind wir bei knapp 1,4 bis 1,5 tonnen und wenn man es noch stärker braucht also ein größeres deck hat mit noch mehr gewicht dann haben wir einen zweimotorigen motor der dann ein bisschen länger ist aber von der höhe her vergleichbar er hat dann halt zwei motoren drin verbaut bezüglich dieser last die er braucht da liegen wir dann bei 2,5 bis 2,3 tonnen was ein motor bewegen kann so von der motorentechnik her ist es so dass wir uns entschieden haben wir arbeiten nicht mit innenliegenden motoren das ist eine bewusste entscheidung will ich gar nicht bewerten ich sage nur wir arbeiten nicht mit innenliegenden motoren und wir arbeiten im grunde auch immer wieder auf schienen das werden wir auch oft gefragt dass kunden fragen wie sieht das denn aus kann ich ein pool deck im grunde auf der einen seite auf einer schiene führen und auf der anderen seite lasse ich einfach ein gummirad mit laufen das können andere machen ist uns relativ egal wir vertreten in all unseren produktgruppen eine philosophie für technische einwandfreie betrieb auch in jahrzehnten und dafür gehört für uns bei einem pool deck was teilweise 1,5 tonnen wiegt ja und das ist so wie in dem fall ja mit entsprechenden belach und so weiter oder 1,3 oder 1,2 abhängig von der größe aber das pool deck was uns da angucken ist knapp sieben meter mal knapp vier oder viereinhalb ja und da ist schon gewicht drauf und deshalb lassen wir das laufen auf zwei schienen wie ein zug ja wie andere sachen es wird geführt auf zwei schienen und nicht irgendein gummirad was auf der einen seite mit läuft oder irgendwas was im grunde immer mitgezogen wird damit haben wir nichts zu tun sondern wir arbeiten herkömmlich mit einer stabilen sogenannten zahnstange diese zahnstange ich habe das hier schon mal gemacht wird an der traverse montiert muss natürlich länger sein weil das pool deck ja entsprechend über sozusagen am motor vorbei weggezogen werden muss und aber da muss ich gar keine sorgen machen weil das berechnen wir ja für sie nach angabe ob sie einen motor wollen oder nicht und die zahnstange wird dann im aluminium entsprechend verankert am belach also nicht nur am belag sondern durchs aluminium durch und die traverse wird auf der seite sehen sie dann auch in den videos einfach länger gelassen die traverse wird länger gelassen oder sie arbeiten mit längeren laufschienen was auch immer alles sie machen können je nachdem wie sie im pool positionieren es gibt auch kunden die sagen ich nehme ein pool einfach größer als das becken ist damit ich im grunde wenn ich es einmal wegfahre der pool das becken trotzdem frei legt ja und ich im grunde genommen immer nicht diese stange auf der einen seite habe das können sie selber entscheiden das ist ihre entscheidung der grundsätzliche aufbau bei diesen motoren ist natürlich nähe becken haben wir ein niedrigstrommotor ja damit wenn man raus greift oder wasser dort reinkommt natürlich niemand zu schaden kommt das ganze wird gespeist durch eine steuereinheit die dann entsprechend natürlich vom becken weit entfernt sein muss ja die im grunde dann den strom aus der steckdose aus der normalen leitung runter regelt auf die entsprechende niedrig stromfrequenz dass so nichts passieren kann sie sehen hier die motoreinheit drin alles ist schon vorbereitet aber trotzdem empfehle ich ihnen immer einen elektriker zurate zu ziehen wir haben dokumentation wo was angeschlossen wird ja sind auch alles schon vorbereitet die klemmen das im grunde sowohl hier motor ja als auch hier in der steuereinheit eigentlich nichts falsch gemacht werden kann weil es entsprechend schon vorbereitet nummeriert und eben halt auch farblich markiert ist wichtig ist zu wissen bei unseren motoren weil viele kunden fragen ja ja kann ich den später noch nachrüsten und so weiter ja können sie das ist kein problem aber sie müssen wissen die motoren haben im grunde genommen eben halt den kabelausgang bei uns unten das heißt unter dem fundament wo es drauf gesetzt wird wird das kabel dann weggeführt damit sie natürlich nicht ein kabel irgendwo auf dem boden oder auf der erde irgendwo hinführen wird das natürlich in der erde gemacht und deshalb geht es bei uns das kabel unten aus dem motor raus ja sie sehen hier im grunde das zahnrad das ist also immer wichtig beim zahnrad wo dann die zahnstange entsprechend mal angetrieben wird ist es immer wichtig zu wissen hat man einen linken oder einen rechten motor je nachdem in welche richtung das deck schieben oder ziehen soll und somit haben sie sehen sie auch hier wieder vom kasten her ja in der entsprechenden metall optik ja entsprechend verschließbar ja eine ja ich sag mal funktionierende motoreneinheit die über eine fernbedienung bedient wird und diese fernbedienung liebe kunden steuert nicht über 20 meter an sondern wir haben bei unseren motoren aus sicherheitsgründen ich habe ihnen gerade erklärt in sichtweite weil hier gibt es auch ein totmachschalter immer drauf drückt das sofort bei widerstand natürlich geht das auch über sensoren das natürlich auch klar aber im grunde zusätzlich noch das über widerstand im grunde genommen eben halt den motor stoppen können ja sofort oder das im grunde sie auch können sie auch einstellen am motor sie auf die fernbedienung drücken müssen dass das deck auf und zu geht das heißt sie müssen es immer gedrückt halten da gibt es verschiedene einstellmöglichkeiten das ist im grunde genommen eben halt auch wie sie das gerne hätten und der empfänger bei uns ist im motor ja der empfänger für die fernbedienung ist im motor eingebaut und sie müssen je nachdem wo sie stehen mindestens fünf meter in reich und sichtweite stehen dass wenn sie draufdrücken sie ihm halt wissen was da passiert ich habe es ihnen erklärt das ist sicher ein sicherheitsrelevantes bauteil ja und sie müssen wissen steht da jemand drauf ist gerade jemand im becken ja all diese ganzen dinge noch mal es gibt auch sensoren die dabei helfen aber trotzdem muss das entsprechend überwacht werden und sie dürfen das ist ganz wichtig ja ich kann ihnen nur davon abraten meiner gartenparty nicht den spaß zu machen so einen pooldeck fünfer hin und her zu fahren das mag für viele lustig sein ist im grunde aber tödlich für den motor und im grunde auch die rollen das heißt das pooldeck darf beim motorin und übrigens auch beim schieben nicht oder mit so wenig gewicht belastet sein wie möglich da reden wir nicht davon ihre drei liegestühle runter zu nehmen ihre außen küche es geht nur darum dass nicht im grunde so ein ding oder voll hast immer hin und her fahren muss so ich glaube ich habe wieder ein bisschen aufgeklärt und es ist im grunde genommen ihre entscheidung es ist ein zukaufartikel den kann man nachrüsten wenn man im grunde sagt ich möchte das nicht ja ist und stimmt auch abhängig von der größe ob man in der lage ist das deck aufzuschieben oder nicht ja rein von der kraft her und deshalb würde ich mal sagen schauen wir uns jetzt an was der kunde so gebaut hat und wie so ein motor funktioniert bis dahin Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, liebe Kunden, wie Sie im Video gesehen haben, durch entsprechendes Klicken, Einmalklicken oder wenn Sie es programmieren, das festhalten, an der Fernbedienung fährt im Grunde das Pooldeck immer auf und zu. Ja, betrieben durch eine Zahnstange, wiederhole nochmal, die wir außen anbringen, wir arbeiten nicht in dem Deck mit einem Motor, das ist unsere Philosophie. Den Motor, tolle Einheit, klein, sehr smart, trotzdem leistungsfähig in drei Leistungsklassen, entsprechende Steuerung, das ist natürlich alles schon dabei. Und deshalb kann ich nur sagen, wir freuen uns auf Ihre Anfrage, bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018